Musik Der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband, kurz ADH, wurde 1948 von studentischen Sportreferenten in Bayerisch-Zell gegründet. Bereits ein Jahr später fand in Meran die erste internationale Sommersportwoche statt. Dort bekam Deutschland durch den ADH Anschluss an den internationalen Sport. 1951 trat der ADH schließlich der FISU, dem Internationalen Hochschulsportverband, bei und veranstaltete 1953 die erste internationale Spitzensportveranstaltung in Deutschland. 1999 war der ADH auch Gründungsmitglied der EUSA, dem Europäischen Hochschulsportverband. Zudem ist im deutschen Hochschulrahmengesetz verankert, dass Hochschulen Sport fördern sollen. Auch der Deutsche Bundestag erklärte den Hochschulsport als unverzichtbaren Teil der deutschen Sport- und Hochschulwelt. Knapp 200 Hochschulen sind inzwischen Mitglied im ADH, darunter über 2,4 Millionen Studierende und über 550.000 Hochschulbeschäftigte. Der ADH hat schon immer das Zusammenspiel von Studenten und Hauptamtlichen und eine gezielte Personalentwicklung gefördert. Einige führende Persönlichkeiten des deutschen Sports haben ihre Karriere im ADH begonnen. Zunächst konzentrierte sich der ADH auf die Organisation des nationalen und internationalen Wettkampfsports. Später folgte der Breitensport. Studentische und hauptamtliche Delegierte arbeiten im ADH in Gremien zusammen und vertreten gleichberechtigt die Interessen ihrer Hochschulen. So besteht auch der Vorstand aus drei Studierenden und drei hauptamtlichen Mitgliedern. Im Mittelpunkt der Verbandsarbeit stehen besonders Projekte zur Gesundheitsförderung, die duale Karriere sowie die Themen Gleichstellung und Internationalisierung. Der ADH sieht sich als Bildungsverband. Das heißt, er vermittelt seinen Mitgliedshochschulen Wissen und soziale Kompetenzen. Mitarbeiter und ehrenamtlich Engagierte werden zum Beispiel in den Bereichen Management und Organisation, Events und Breitensport fortgebildet. Außerdem veranstaltet der ADH jährlich rund 50 Wettkämpfe in mehr als 30 Sportarten. Dabei sind die deutschen Hochschulmeisterschaften das Aushängeschild. Circa 500 Studierende nehmen jedes Jahr an internationalen Sportwettkämpfen wie Universiaten und studentischen Welt- und Europameisterschaften teil. Somit ist der ADH auch engagierter Förderer des internationalen studentischen Spitzensports. Der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband bildet eine Schnittstelle zwischen Bildung und Sport. Dabei berücksichtigt er gesellschaftspolitische Zusammenhänge und nimmt national und international Einfluss auf den organisierten Sport. Der Allgemeine Deutsche Hochschulmeisterium Vielen Dank.